Ja, wir sind hier heute auf der ETIM 2020 in Essen. Mein Name ist Patrick Guidato vom Cluster Medizin NRW. Wir sind ein Landescluster im Auftrag des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und wir sind dazu da, so ein bisschen der Kit in der Society der innovativen Medizin zu sein. Wir vernetzen, wir informieren zu Fördermitteln, Themen, wir beraten, wir bringen Menschen miteinander in Kontakt und wir geben Menschen auch eine Plattform, um sichtbar zu werden. Die ETIM ist eine von vielen Veranstaltungen, die genau das tun, was wir auch tun und weil wir darauf angewiesen sind, immer am Puls der Zeit zu sein, auch zu wissen, wer gerade was tut, um die Leute miteinander zu verbinden, sind wir hier, um in Kontakt zu kommen, um Leute miteinander zu verbinden, um uns mit Leuten zu verbinden und um über die Themen auf dem Laufenden zu sein, die gerade interessant sind in der innovativen Medizin. Sehr interessant fand ich zum Beispiel auch den Vortrag jetzt zum Schluss, kurz vor der Mittagspause von Siemen Healthineers zum Thema Telemedizin und dem Einsatz bei COPD und Asthma, was sicherlich ein großes Thema ist, gerade in Zeiten der Digitalisierung, was für uns auch ein großes Thema ist, mit dem sich wir uns als Cluster beschäftigen und wo wir auch immer auf dem neuesten Stand bei uns auf der Homepage zu informieren.